hallo und willkommen bei einer weiteren folge mini battle mit jonathan hallo ähm flo kannst du mir noch das essen geben ich hab nämlich nichts mehr hier ist drin das haben wir nicht mehr so viel packt alles rein unten relativ hat unten ist es für zuschauer nein daneben den eisenschwert und ein steak ganz unten rechts neben der schwert er das eisenschwert gesagt ja ich muss kein deutsch können sollen wir uns beide eine diapost machen ja ich nehme das dann mache ich wenn der zu wir probieren noch direkt vor pferde zu zähmen hast du noch eisen hier gerade schmilzt noch was ja ich habe noch eisen dann zauber und ambo stelle ich auf ich mache mir jetzt noch ich mache jetzt hier links weg ich fahre mir jetzt noch ein paar skelette ich mach das mehr so für bogen ja stimmt wenn wir auch noch machen schärfe erst mal drauf bekommen schärfe das schöne ist ich kann mich jetzt reintritt schul technisch zurücklehnen und das jahr genießen wir haben auswertung gehabt die jahresauswertung wegen wir haben klassenwechsel für die zuschauer wissen dass wir werden aufgeteilt in schlau und dummer so ob du danach noch aufs gimme gehen kannst oder nicht ja und ich wollte den abschluss oder will den abschluss dass ich danach noch aufs gimme gehen kann einfach weil es besserer abschluss ist und ich habe jetzt ein charp 3 eisen schön ist gut und ich habe es in die klasse geschafft dass ich danach noch aufs gimme gehen könnte so ich mache mir jetzt noch voll voll enchantete rüstung wo drüber ich mega happy war und das witzige war lehrerauswertung die lehrerauswertung meine mutter und ich habe die feuer besprochen was wir schätzen und es war wirklich eins zu eins das ich mache mich mal ein gold apfel ne lehrt macht ihr nicht macht ja auch ein mit ja manche von kampfausrüstung power drei bogen das mal zum wort rein ja deswegen würde ich wie viel Pfeile, da sind noch 10. Habe ich 26 Pfeile. Ja, ich habe 10 Pfeile. Hier ist der Goldapfel, ne? Gut. Dann gib... Du hast ihn wieder aufgesammelt. Ich habe ihn erst nicht gesehen. Ich gehe schon mal hoch, ne? Ähm, gut. Ich gucke noch. Ich platziere mal noch. Ja, ich denke, wir gewinnen das. Oder? Wir wissen halt nicht, was für Ecopy die haben. Die haben Goldapfel, die... Was hast du für ein Schwert? Ein Schatten ist zwei, die hier. Ich habe zwei, aber trotzdem kann es sein, dass die gute Rüstung haben. Oh, ich verzaube noch ganz schön meine Dings. Gehe noch nicht ganz hoch. Ja, ja. Ähm, warte. Was wollte ich nochmal... Und wir haben Goldapfel. Du hast einen relativ guten Bogen. Schutz. Schutz. Fuck, ich habe Spitzhacke nicht mitgenommen. Schutz. Und kann ich nicht mehr. Hm. So. Gut. Ich gucke kurz. Wasser, Eimer. Ich nehme noch einen normalen Eimer. Pfeile essen und ich nehme die beiden Sättel mit. Stimmt, wir können ja vielleicht noch ein Pferd suchen. Ich hoffe, da unten dürfte noch irgendwo lauer sein. Ich hoffe, ganz kurz. Ähm. Ich hoffe einfach, wir gewinnen. Ja, das wäre dann dein erster Titel im Mini-Battle. Ja, und wie viele Titel hast du schon? Ich weiß, ich hatte die ersten vier oder fünf Mini-Battle alle gewonnen. Ja. Und danach hat... Dann irgendwann nicht gewonnen. Danach hat Jonas mitgemacht. Und danach ging es nicht mehr so gut. Weil der zu der Zeit noch PvP gesuchtet hat. Ähm. Baust du dich einfach nach oben oder läufst du? Ja, ich gehe straight nach oben, weil ich weiß nicht mehr, wo der Ausgang ist. Ich auch nicht. Ähm. Ich müsste dann jetzt eigentlich gleich oben sein, weil... Ja, ich habe schon Erde hier. Ähm. Ne, und ein MMBVJ also in unseren... Live-Battle habe ich erst einen Titel. Ich bin jetzt born. Ich sehe aber noch keinen Namen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Ja. Du hast gesagt, die waren beim Dorf, ne? Ja, so, da waren sie. Ja, okay, da... Das ist da hinten. Für den Zuschauer, ich bin gerade nicht so beweglich auf dem Schreibtisch. Neben mir steht eine türkische Pizza. Soll ich mal schreiben, ähm, sind da? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aber ich schreibe schon mal vor, sind in... Welche Höhe bist du gerade? Also von oben her? Hm? Welche Höhe ist... Bist du also oben? Also Y-Koordinate. Ey, ich bin einfach Mitte jetzt. Ja, Y-Koordinate, also welche Höhe? Ähm, 72. Okay, ja, gut, dann... Ja, hier ist schon Erde. Jo. Okay, dann schreibe ich schon mal sind Mitte. Ähm. Ich habe heute eine Deutscharbeit geschrieben. Und? Gefühl? Zwei, drei, vier. So mittelmäßig. Ja, meine Lehrer wollten, dass ich... Beziehungsweise... Meine... Lehrer, mit denen ich in der Küche bin. Ich habe denen von so erzählt, was ich so im Kindergarten schon alles eingestellt habe. Und die hatte so... Ja, bring doch mal den Ordner. Aber bringe ich denen so den Ordner mit. Das erste, was passiert, gemeinsam kommt mit, wo alle drauf sind. Er verwechselt mich und meinen Bruder. Hm? Ich dachte mir nur, really? Aber wir sahen uns damals ja noch ähnlich. Hatte dein Bruder nicht eine Brille? Nee. Ich habe aber jetzt eine. Ich trage die aber... Ich habe gar kein Essen mehr. Ja, deswegen suche ich eigentlich irgendwo noch Lava oder Feuer. Komm gleich. Ähm. Ich trage aber jetzt eine. Aber ich trage die nur zur Schule. Weil ich Brille beim Zocken gar nicht mag. Eigentlich müsste ich sie zwar aufhaben, aber... Ich bin so ein Glücksfels. Ich brauche keine Brille und ich brauche auch keine Zahnspange. Also, komm mal noch mit. Ein bisschen, dann suchen wir noch Pferde. Ähm. Zahnspange bräuchte ich... Also, meine Lehrer sind der Meinung. Ich bräuchte eine. Meine Mitschüler sind der Meinung. Ich habe so, ähm, die Zwillingstürme als Zähne. Dazwischen ist noch ein Lufthangar. Ähm, äh, ja. Wir feiern das mehr so in der Klasse, aber... Meine Zahnärztin sagt, ich habe das perfekte Gebiss. Die muss es ja wissen. Irgendwie ist sie ja Ärzten geworden. Ich sehe gar nicht den Bord. Das ist doch... Ich sehe auch gar keine Pferde. Ah, du hast Lava. Oder Feuer. Ja, gut, dann ist es für... Besser, wenn du die killst. Wir suchen halt die... Die. Die können ja nicht so weit sein von Hochkommen her. Ist ja nicht so groß die Map. Und dann mit etwas Glück noch Pferde. Ja, das wäre so richtig sick. Wir können halt zwei Pferde zähmen. Zwar ohne Rüstung, aber wir können sie zähmen. Ich warte halt drauf, bis sie schreiben, dass sie Mitte sind. Dann lass sofort Mitte und direkt angreifen. Weil ich sie lieber angreifen würde. Ich laufe auch gerade in der 5 rum. Ich bin hinter dir. Ich laufe mit dir so mit, weil... Ah ja, die sind oben. Siehst du den Namen? Nein. Ne, doch, hier ist Lava-See. Ich dachte... Ja, warum weißt du, dass sie oben sind? Also, nee, ich dachte, sie sind oben, weil... Den Lava-See hat man erst nicht gesehen. Und dann hätten sie halt hier Blätter gefarmt. So. Warum hat er wieder kein Lava genommen? Warte, ja, sie... Jetzt habe ich Lava. Gut. Deswegen, ich dachte, sie haben da Blätter gefarmt. Aber dann dachte ich mir, oh, das ist doch ein Lava-See. Gut. Das, das doof. Vielleicht haben sie sich da irgendwo direkt runtergebrochen oder vielleicht sind die Pferde. Also, der hat... Als du weg warst, hat er gesagt, er sieht mich. Also, ich denke mal, die sind so da ungefähr. Also, so zwischen und doof. Aber nee, wir schreiben ja immer sowas. Das ist normal. Teilweise probiere ich auch zum Beispiel... Teilweise schreibe ich auch einfach, auch wenn ich ihn nicht sehe. Ah, schön da auf... Schön da oben mit dem... Schön da auf dem Baum mit Eisenhahnig. Und manchmal hat man halt Glück und das stimmt. Und die kriegen voll Schiss. Ja. Und manchmal halt nicht. Und manchmal schreiben die, haha, ich bin auch in der Höhle oder so. Ja. So, ich bin jetzt wieder Spawn. Falls du, falls du einsiehst, bitte direkt sagen. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ja, ist natürlich das erste Mal so ein Kampf. Und weil ich nicht weiß, wie... Und weil ich nicht weiß, wie gut du bist, du bist. Bin ich auch ein bisschen angespannt, aber gut. Ich weiß nicht, wie gut die halt sind und du kannst das einschätzen. So ein bisschen. Also Greenlay ist relativ... Also, okay, er ist gar nicht schlecht Greenlay. Saskas Mutter ist relativ schlecht. Also, der liebe Kevin. Und Barulka, so Jonas geht. Lass uns, wenn wir im Fight sind, auf einen... Hi, wo? 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 Wie? Gut. Also, die werden uns von irgendwo sehen. Ich schätze mal, die sind da im Wald. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Das heißt, wir laufen nicht in den Wald. Wenn die uns gesehen haben, ist es für die nur ein Vorteil, wenn wir zu ihnen laufen. Ja. Ich versuche irgendwie was... Eisenmäßig. Ja, dann laufen wir da lang, weil da noch Schweine sind. Dann killen wir da noch Schweine mit Lava einmal. Ah, zu viel Essen kannst du nie haben. Komm. Ah, du weg, so und blöcke. Zu viel Essen kann man nie haben. Wie lang? Ich bin irgendwie jetzt ein bisschen angespannt. Ach. Da hinten. Oh. In den Wald. Jetzt sehe ich da auch einen Arm. Wir kämpfen nicht auf dem Berg. Die können uns, falls sie den Bogen haben, runter bohren. Ja, und ich werde auch nicht im Wald kämpfen. Oder doch, wir haben ja bessere Sachen, dann können die uns... Weißt du nicht, ich habe noch nichts gesehen. Wir gehen jetzt nach hier und hoffen, dass die auf die Freifläche kommen. Ähm. Dieser Berg da, da waren sie drauf. Okay, dann lass links rumlaufen und dann... Und man sieht die Namen. Man hatte sie gesehen eben. Die Sneak wetten jetzt und verstecken sich. Sie haben uns halt schon gesehen, wie sie noch nicht. Ähm, hier hoch. Nicht direkt hoch. Nicht direkt hoch. Stimmt. Sind Mitte. Okay, die sind Mitte gegangen. Weißt du nicht, ob die... In der Nähe. Guck. Schreibt. Ja. Ich gehe gerade auf den Berg hoch. Kommst du? Ja, ja, warte, ich sehe dich. Warte noch. Ich esse gerade erst mal und dann. Ich sehe sie noch nicht. Gut. Guck, äh, für mich, ne? Damit. Ja, mache ich gerade. Ich bin jetzt ganz oben und ich sehe sie immer noch nicht. Hä? Die waren hier eben. Das ist gerade so. Man sieht sich gegenseitig. Schreibt aber nicht, wo man ist. Und schreibt nur, hi. 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 Äh, hello. Wo sind die hin? Oder die haben halt einen Tunnel in den Berg. Ja, ich glaube, die haben sich runtergebaut. Es könnte halt gut möglich sein, dass Jonas einen Tunnel oder Kevin, der kommt ja auf dumme Ideen, einen Tunnel in den Berg gebaut hat. Guck mal, ich bin hier ganz oben und sehe keinen. Hier habe ich wirklich... Ah, warte, die Spinne geht in die andere Richtung. Ich sehe aber jetzt gerade keinen Spieler, aber es könnte halt sein, dass da jemand ist. Da. Ja, die Monster bewegen sich auch nicht irgendwie. Die chillen da einfach nur rum. Ne, die Spinne ist da eben halt in die Richtung gegangen. Ich sehe sie nicht mehr. Wollen wir mal gucken gehen? Da. Unten. Ja, warte, warte, warte ich. Hm. Ich glaube, ich habe da kurz einen Namen gesehen, wo du ihn gezeigt hast. Ja, ich bin der Meinung, die sind da. Weil die Spinne, ich habe sie halt gesehen, aber sie ist halt straight nach da gelaufen. Die haben uns ausgetrickst. Wir sind auch Blöcke, waren wir das? Okay, die Spinne ist hier. Hä? Ich habe nochmal, wo seid ihr? Hä? Ich will jetzt fighten eigentlich, weil ich muss jetzt auch noch eigentlich los. Warte, wie flohen wir? Ja. 33. Müssen. Deswegen. Hier läuft noch Wasser runter. Ne, okay, ne, stimmt. Du hattest oben Wasser platziert. Oh, ich muss pissen, wie saum. Kommt ihr? Da ist noch ein Enderman. Vielleicht. Ah, vielleicht eine Enderpol. Sind bei euch. Ah. Ja, die werden, schätze ich, schlechteres Ekyp haben. Da oben, da oben. Ja, die haben sogar mehr Diariesie. Ich glaube, die haben sogar gleich, oder? Ne, die haben ein Dings mehr. Der eine ist alleine. Ich habe einmal getroffen, den Typen. Das ist Kevin, also Saske. Nicht zu offensiv gehen. Nochmal getroffen. Komm, ein bisschen weg. Offen... Komm, 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 wir gehen bis jetzt. Ja, 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 ich muss... Die laufen. Halt die ganze Zeit. Nur weg. Ah. Hab den einen gehettet. Hab den einen gehettet. Oh, die haben Feuerspekt. Muss mich löchen. Einer ist down. Lauf, 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 lauf. Lauf du, lauf du, lauf du. Lauf kurz. Ich probiere Sachen zu safen. Nee, das hat ja zwei Leben. Komm zurück, komm zurück. Bleib hier. Bleib hier. Komm. Darf ich ihn direkt töten? Nein, noch nicht. Erst, wenn er uns angreift. Ich habe eine Diabust gesaved. Schön. Lauf! Dead Fire is back. Nein, nicht du. Bei mir leckt es. Okay, jetzt konnte ich mich noch retten. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Komm mit drauf. Halt mich nicht an. Komm mit drauf. Ja, ich habe Jonas angegriffen. Wir müssen beide Jonas taktisch an. Kevin hat mich angegriffen. Ich habe ihn. Er hat mich angegriffen. Gib mir Essen. Gib mir Essen. Vorsicht, Creeper. Ich habe keine Pfeile mehr. Und kein Lava. Ich laufe. Kevin ist schon mal raus. Ja. Kevin ist raus. Schön. Hey. Jetzt müssen wir nur noch... Rüstung, Rüstung. Schuhe, 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 Schuhe. Schuhe. Ich habe keine Schuhe. Ich habe keine... Hä? Der lebt noch. Kevin ist raus. Kevin ist raus. Hallo. Der Feuerspekt ist so ekelhaft. Ich bin tot. Ja. Schön. Wir haben gewonnen, oder? Ja, wir haben gewonnen. Also, eigentlich nicht gewonnen. Aber Jonas ist jetzt gewagecoated, weil ich glaube, sie sehen an, dass sie keine Chance mehr haben. Als ob die Feuerspekt hatten. Das war mega gut. Aber wir haben gut rausgespielt, dass ich direkt wieder Sachen geholt habe. Dann haben wir gewonnen. Nee. WG Low. Okay. Schlechter Verlierer in dem Fall. Ähm, dann würde ich sagen, für die Zuschauer. Er hat den selber geschlossen. Battle vorbei. War wirklich mal ein Mini-Battle. Sieg geholt. Ja, da würde ich sagen, GG, oder? GG. Dann viel Spaß beim Training. Dann viel Zuschauer. Haut rein, lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.